Das brauchst du gar nicht machen. Remedy, Leonie. Was? Pfleg nie mich mit! Die EM steht an im nächsten Jahr. 2024 wird das Jahr des deutschen Fußballs. So habe ich mir die Karten legen lassen. Wie siehst du deine Chancen, Willi? Digga, diese zwei Zwillinge haben so denselben Humor. Digga, er macht einen Jog, niemand lacht, außer sein Zwillingsbruder im Hintergrund, den man da hört. Du bist Verteidiger, wir brauchen nachher gerade ruhig dich, wir brauchen nachher Leute. Hast du Zeit an den Tagen, an denen jetzt die Spiele stattfinden werden? Also das Datum steht ja noch nicht fest, aber ich habe Zeit eingeplant und werde dann dementsprechend auch zur Verfügung stehen. Reißt du an? Ja, ich würde es mir überlegen. Sag mal, das ist ja bei dir wirklich realistisch. Du spielst irgendwann mal für die deutsche Nationalmannschaft. Kann man das realisieren? Man kann es fokussieren, du musst es manifestieren. Hast du auch schon mal was manifestiert in deinem Leben? Bachelorarbeit machen. Wie viele Seiten musst du noch? Alle. Können wir irgendwie helfen? Worum geht es? Was ist dein Thema? Ich möchte eine Interviewreihe machen mit Frauen aus verschiedenen Alters. Falls jemand Lust hat. SSIO 0,9. AMG von Nutte. Was für Klopp auf der Schiene. SSIO Nutte. Das ist der King of the Rock. SSIO. Nein. Dicknixen. Es ist vom Tape zu. Oh mein Gott. Das hätte ich wissen müssen, Mann. Wieso? Wegen Nutte? Ja. Deswegen. Was hörst du für Mucke, Willi? Deutschrap tatsächlich nicht so viele. Mehr so amerikanisch. Yes, okay. The Baby. Yes is my nickname. Weiß ich nicht. Was hörst du für Mucke, Paulina? Indie, würde ich sagen. Okay, also mit Songwriting. Ja, so Deutsch, Englisch. Nee, der nicht. Der macht aussehen. Ja, die Jünger, so Bands, so. So, Konstellationen, die man auch unterstützen sollte. Ja, genau. Und ich weiß, ich bin sowas von gefickt. Draußen ist blaues Licht. Kraftklub Blaues Licht. Ja. Ja. Ein Punkt. Was? Ein guter Song, aber. Äh. Lasst ja beide sein. Pitbull mit Hotel. Fals. Äh, Timber. Pitbull, Jennifer Lopez, Hit on the Floor. Pitbull, JLo, on the Floor. Ja. Was? Hä? Hä? Ist Willy Punkt. Ich kenne die Musik von JLo. So ist die FIFA. Bist du als Fußballer auch abgefuckt von dieser FIFA, vom Infantino? Oder hast du Maulkorb gekriegt? Darfst du dich reden? Maulkorb bekommen. Maulkorb? Definitiv. Vom Hansi Flick vorher noch? Auch. Dich mochst nix, nix sorgen. Wird eigentlich so nix. Bist du fußballbegeistert? Ähm, SD Freiburg. Oh, genau. De Christian. Ja, komm, die sind doch fisch. Apropos Streich, die Bärchenstreichwurst soll abgesägt werden. Du gibst mir den Reis. Die Tasche ist groß. An meine Kante reit Pocahontas. Du's hier, leit Pocahontas. Man kennt diese Songs, aber niemand weiß, wie die heißen. Ist das nicht auf dem Ballermann immer so? Ja, ja. Ja, so schützenfest. Genau, das wird auch nicht rumgereicht wie Dennis' Ex-Freundin. Ganz kurz, Miki, Punktestand. Ist ja Fakt. Ist ja nicht böse. Bro hat direkt aufgeschmissen, wenn nicht Yit kommt. Bro, was soll ich denn... Also, Digga, was soll ich denn machen, Alter? Ich höre... Shut up! Come on. 3, 4, 1. Willi, was ist da los? Ja, ich lege vor. Das ist ja... Das ist ja der Hammer. Äh, Affalter brach Shindy. Ne, äh... RIN, ähm... Vintage. RIN, vintage? Rolex von RIN? Like your face, flow, alles vintage. RIN, vintage? Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video. Ich chill mit der Kuh, Digga. Du versprichst, dass das nicht überkopf geht. Nicht überkopf, ja. Geht hier noch irgendwas ab oder so? Nein. Oh, tut es gleich, du Schülerin. Los geht's, voll. Rande. La, 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 la. Geil. Oh, Bro, alles gut, Digga? Ich will euch gar nicht beim Essen stören, aber ich steu euch grad beim Essen. Können wir machen, ja. Wir waren uns grad nicht sicher, wir mussten erst mal googeln. Oh, hell no. Das wird ein richtig unangenehmer Tag, Bro. Ja, lass den Gruppenbude machen. Dann machst du zwei? Von den Veggie? Ja. Ihr seid ja mega viele. BVB-Tassos. BVB-Tassos ist... Genau sieht der safe in real life aus, sage ich. BVB, da weißt du schon Bescheid. Ja, zeig mal ein Skateboard-Trick. Oh, Content, Content. Ja? Ja, der war stark, der war stark. Oh, krass, Digga. Deutsche Tony Hawk. Also, ich glaub, ich nehm eine Größe kleiner. Ist das okay? Du siehst aus wie ein Loser. Das war funny. Hä, wie chillig das jetzt auch immer leer ist. Bist du mit dem Uber-Taxi hier? Ich bin mit dem Taxi da. Haut rein, Leute! Dominik, stell dich mal wie die Freiheitsstatue auf mit dem Slushy. Und ihr hattet das Buch, oder? Luxemburg und Portugal spielen in Luxemburg. Ronaldo ist jetzt gerade in Luxemburg und ich spiel gerade in Fortnite. Digga, oh mein Gott. Ich seh ein Messi-größer Ronaldo. Voraus wie ein Serienkiller. Ich sag, bleib um, Denny. Bin ich hier, bleibe, wenn du die Karte abcappen, weißt du? Die werden aber chillen. Ich geh weg. Hast du Fallschaden bekommen? Ja. Ja? Okay, warte. Ja, eben. Ah! Ups! Moment, warte, ich hab's uns gefunden. Habt ihr Fallschaden? Kannst du mich hochholen? Ach, markier's. Ja, ja, beim Sucker. Oh, ich sterbe, ich sterbe. Was ist bei dir passiert? Wir kämpfen da nichts mit, okay? Ihr könnt ihn halt so töten, ihr habt so seinen sch*** Kopf im Visier. Seine Mann kam rein! Er muss die Spülmaschine ausräumen! Er hat die Spülmaschine ausgeräumt! Du musst die Messi... Ich geh da ja aufteilen. Geht mir eins, geht mir eins. Oh, ich weiß nicht, wie man aufteilt! Auch nicht! Mann! Gib mir eins! Ich bin tot. Ich bin gestorben. Ich spiele nicht mehr mit dir, Ruma. Das war das allerletzte Turnier! Futsch dir nicht, Futsch dir nicht. Futsch dir nicht, Max. Max, Max, Futsch dir nicht, bitte. Bitte, Max. Bitte, Max. Hab ihn. Ich hau dir in die Sch*** riesen Fresse, Alter. Julian! Der war vor uns! Du hast ihn vorher schon nicht getötet! Er spät drei Sekunden, still am Baum! Ich rangequitte das Turnier! Ich spiele nicht weiter! Ich bin drin, ich bin drin. Hier ist doch einer. Das sind doch welche. Das ist doch kein Bot! Digga, das ist das Losteste, was ich jemals gesehen habe! Also sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Das hat schon ein bisschen weh getan. Ich dachte, sie sind oben! Ich habe es leider verpasst, mir die Tour so krass reinzuziehen. Aber ich glaube, dass auch das Event von Paraplatte ein richtig krasses war, Digga. Die Edel-Tour-Talk. Äh, ach, Digga. Sch*** auf Edel-Talk-Tour. So, oder? Excuse me. We're looking for our famous Bon-Bong-Laden. Er sagt Bon-Bong, Digga. Dieser NPC, Digga. Krotz. Bon-Bong. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, oder? Oh, uah! 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 I don't know! Zigaretten! Zigaretten! Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Trimax wollte auf dem Eis einfach Fußball spielen. Wir werden alle tot. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. They say the truth. Das war mit dem großen Fenster. Oh mein Gott. Er kommt raus! Er kommt raus! Er kommt raus! Er kommt raus! What's your name, my friend? How you doing, my friend? Here's Johnny! Alright, dann packen wir mal aus dem Gerät. Nein! Wie kann ich so dumm wie möglich in meinen Videos rüberkommen? Anders kann ich es mir nicht erklären. Der muss das bewusst machen. So dumm kann ein Mensch nicht sein. So viel Scheiße kann einem Mensch nicht passieren. Was? Was? Digga, die ist einfach offen. Wie kann man die da so reinlegen? Zum Beispiel ist diese Uhr zur Chat, ne? Seht ihr? Warte, ich rechne die Videos aus. Ah ja, rechne aus kurz. 15.55 Uhr. Nee, 16.05 Uhr. 17? 12, 13, 14, 15.55 Uhr. 11.19 Uhr. Was? Was? Hä? Was? Ich finde die beste Pizza im Tiefkühler. Abgesehen von diesen Gustova Revovante oder wie die heißen. Gustavo Gusto, sie drehen mir um Tiefkühlpizza. Ich kann grad nicht. Du kannst grad nicht. Ich muss Kisten aufmachen. Och, Digga, ist das... Digga, welcher Idiot hat Hugo beigebracht Kisten aufzumachen? Ich guck letztens in seinen Stream. Der arme macht jetzt auch CSGO-Kisten auf. Welcher? 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 Wer war das? Wer hat ihm das beigebracht? Das ist es nicht, Hugo. Trust. Das ist es nicht. Mach keine CSGO-Kisten auf. Ich glaube... Also CSGO-Kisten... Das... Also... Man geht mit 100% Minus raus. 100% Ist das dein Ernst? Bro! Bist du spielsüchtig? Nein, das ist nicht mein Geld. Twitch hat mir das Ziegutscheide gegeben. Kauft ihr ein Spiel oder so? Will ich nicht. Was kommt mir für Kisten? Jaaaa! Ich sag halt schon tausendmal, dass du Guthabenkarten kaufen sollst im Internet, aber machst du halt auch schon auf die anderen Tauschen. Ich kann diese Klugsscheide nicht mehr ab, Digga. Kauf Guthabenkarten! Noch nie für 200€ Guthabenkarten gekauft, weil du noch nie in deinem Leben so viel Geld in der Hand hattest. Man wird nach 100€ automatisch gesperrt und muss Personalausweis einschicken. Und es dauert 24 Stunden, bis die Sch*** überprüft wird. Du kleiner Klugscheißer, so läuft Klugscheißerhausen, Digga. Das bist du gerade. Oh mein Gott. Ihr kriegt mich nicht dazu. Ich werde kein Geld da reinmachen. 6, 1,5 Stunden später. Das sind 9€. Ich mach nur die 4 auf, damit die da nicht rumliegen, weil ich hab die extra jetzt gekauft. Wir haben ihn verloren. Neuer Suchtberater. Du brauchst einen Suchtberater, wirklich. Lass einfach die Sch***e. Marcel hat dich vor allem gewarnt, der hat gesagt, pass auf vor Alkohol. Alkohol ist Sch***e. Das hat gut getan. Drogen vor Frauen, Digga. Und vor Spielsucht hat er sich komischerweise nicht gewarnt, ne? Ich war ein Bababa. Die Welt des Glücksspiels. Mach doch mal 20er pro Gegenstand. Du kannst doch mal die Fresse halten, Digga. Arbeiten gehen und selber die Kisten kaufen. Ich hab in 2 Wochen Jahresgehalt von dir hier reingesteckt, Digga. Und du quatschst mich zu mit, mach mal einen 20er. Dann willst du mich verarschen, oder was? Ja, Bruder, mach größer Schlauch. Diesen anderen Feestyles. Digga. Digga. Schaust du das Video nicht in HD? Digga, ich hab das komplette Video auf 480p geschaut. So, Scheiße, Alter. Nein. Du musst als Thema gefühlt nichts machen, außer darauf reakten. Und ich, das krieg noch nicht mal hin. Digga. Ich hoffe, Hugo ist jetzt nicht stuck auf diesen Dingsdingern, Alter. Auf fucking CSGO-Kisten. Das ist, also, also wirklich das allerdümmste, was man machen kann. Niemals. Also wirklich das aller, allerdümmste, was man machen kann. Niemals. Alter Schwede. Okay, Chat. Wir gehen rein. Viele haben sich es wieder gewünscht. Und es ist auch auf YouTube extrem angekommen Deswegen glaube ich, dass es auch wieder ein YouTube-Video wird Und zwar spielen wir mal wieder South Park Also wir spielen South Park weiter Ey, ich sag ehrlich, ich hätte nicht gedacht Dass das Game mich so catcht Es ist wie, für euch Zuschauer Es ist wie, als würdet ihr gerade eine Serie gucken Plus ein Streamer, der dabei nebenbei zockt Also eigentlich, ich hab mir mein YouTube-Video selber angeguckt Und ich muss sagen, ich fand das Video Abgesehen davon, also ohne mich natürlich wäre es besser gewesen, das Video Aber, ich fand das Video voll interessant und voll unterhaltsam So seriespielmäßig, sehr, sehr geil Wir haben ungefähr eineinhalb Stunden in dem Game Und wir spielen jetzt weiter Das Spiel ist wirklich sehr geil Und es wird wahrscheinlich wieder ein YouTube-Video geben Also was geht ab, YouTube? Wir spielen heute wieder South Park Was ist das denn? Verify your E-Mail Skip Skip, skip, skip I'm a ball like spaghetti Let's go South Park Eingabe So, wir wollen weitermachen Willkommen zurück Roat123 Roat123 Überspringen Spielen Fortsetzen Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben eigentlich? Aha, hier Was ist das? Hä? Aktiviere eine Was? Was, was? Aktiviere eine zweite Schnell... Was, was, was? Aktiviere eine zweite Was, was soll ich machen? Schnellreisepunkt Ah Noch eine finden Hier Ne, das ist keiner Aber warte, wo mach ich nochmal die Map auf? Hier Karte Hier sind die Missionen-Chat, ne? Oben links Äh An der Hauptstraße Welche Hauptstraße Wo, wo, warte Hier ist eine Und wo ist noch eine? Ah, ich muss rumgucken, um die zu finden Okay Ah, hier komme ich gar nicht weiter Cäsar Dank für den 2 Ich muss dann wahrscheinlich in die Richtung Hey Kann ich nicht Bilder mit dem machen? Ah, schade Auch Instagram-Follower Was ist das denn hier? Hä? Oh, eine Toilette? Hä? Was ist denn das? Ah, warte mal Hä? Hä? Was ist denn Rohr? Was hat mir das jetzt gebracht, Chat? Was? Äh Alter Also auf einer Männer-Toilette kann ich verstehen Aber auf einer Frauen-Toilette ist so ein Haufen? Alter Boah Das ist ja ekelhaft Ich kann hier nichts machen, Mann Raus hier So Wenn es auf der Männer-Toilette Also wenn es jetzt auf der Männer-Toilette gut aussieht Dann habe ich alles gesehen Boah, Digga Was ist denn hier los? Stromschläge Kommt gar nicht rüber Du bist tot Das war's mit dem YouTube-Video Meine lieben Freunde Danke fürs Einschalten Ähm Lasst ein Like und ein Kommi da War sehr, sehr geil Digga, was ist Ich geh hier raus Weiter gehen Wir machen hier Chaos Ja, hau nur ab Gar keinen Bock auf die Bitches Wo krieg ich denn einen Wegpunkt? Oh Oh, da ist ein Rucksack Soll ich die Cam nach links machen, Chat? So? Oh Ah, hier Bitt Komm, Bitt Au Ey, wo ist denn dieses Ding, Mann? Hallo Warte mal Das hier unten ist aber die Hauptstraße, oder? Und bis jetzt war es noch nicht da Aha Komm, das Bild machen Der P***** sollte Reise den Herrn, kleines, irres Kind Puh Okay Guck dich mal an mit deinem vielen Speicher auf dem Gerät Okay 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 Ist auf, pack shit Ah, mit Rechtsklick kann ich furzen Näh Näh Man, Chat, wo ist denn das Ding? Komm mir nicht weiter, ich bin hartstack Ah, hier Let's go Oh Er hat also die ähnliche Attacke wie ich, oder was? Ist es Zeit für Blitzfreak? Ah, weil wie Nee Verpiss ich Okay Okay, okay Mal gucken, was die nächste Mission ist Nutze die Gasse zum Nutze die Gasse zum Was? Was ist denn eine Gasse? Reinses zu kommen Und zum Reinses zu kommen Was für ein Reinses? Was ist ein Reinses? Reinses, Reinses Ah, das hier Okay Okay, wo bin ich gerade? Da Links Oh, okay So ein braver Vierklässler Bisschen näher noch Halt die Schnauze Geh mal Windeln wechseln So Wo ist das? Hier weiter links Und dann Nach oben Muss ich das auch entdecken? Okay Achso Ah, okay So viele wie möglich Ja, ja, check ich Ich hab einfach ein Herz Für Randgruppen Vielleicht, weil ich ja selbst Mindestens dreien angehöre Bist du auf der Flucht? Ist dir die Regierung Auf den Fersen? Ich werde dein Recht Diese Kleidung zu tragen Stets verteidigen Für einen Mutanten Bist du eigentlich Ziemlich süß Ich glaub, das wird Ein harter Winter Gott wacht über dich Ich weiß aber nicht Ob es ihn auch gibt Bist du auf der Flucht? Ist dir die Regierung Auf den Fersen? Ja Okay, warte mal Wir sind hier Aber wir müssen nach links Wir müssen wieder hin Okay Jetzt müsste ich eigentlich Nur noch hoch Hier hoch Oder nicht Hätte ich nur Die Luft angehalten Was ist denn hier los? Ah, noch ein Ah, Kunstsammler Okay, okay, okay Weiter rechts, okay Polizei sogar Ach nee Wieso das lange Gesicht? Ist deine Katze auch weg? Ist die Ozonschicht Schon dünn genug Ohne das Rumgefurzer? Unter uns Bei den Bullen Hier habe ich Ein ungutes Gefühl Man trifft skurrile Gestalten Drei Kilometer Über dem Meeresspiegel Digga Oh fuck, Alter Kann ich mit dem reden? Ich sollte wirklich Den Armen helfen Ab demnächst Oh, hast du deine Katze verloren? Irgendwas hast du verloren Hast du bei Sloppy Sack Hä? Digga Hast du was für uns übrig gelassen? Bei dem Gitter Hier Ah Ah Digga, was ist denn das? Was ist das für ein gekrackter Weg? Motor ist rein Da war eine Katze Da war eine Katze Aber ich kann nicht nach rechts Ich kann nur nach links Ah, jetzt kann ich nach rechts Kann ich die Katze nicht fangen? Schade Okay Nach links Nach weiter rechts Kann ich nicht Ich muss weiter nach links Okay Was ist das denn? Schade Boah Auf so eine öffentliche Tutel zu kacken Weiß ich nicht Wie kack ich denn richtig schnell? Fokussiere deine Kraft Wie mache ich das denn? Alles drücken Alles gleichzeitig halten Fokussiere deine Kraft Du musst die richtigen Tasten finden Kack 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 Ja 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 Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Nice Komm ich da nicht hoch Nee Warnung Sie haben 5 Sekunden 5 4 3 2 1 Sag nein zu oben Du bist tot Warnung Sie haben 5 Sekunden 5 4 3 2 1 Du gehst mir echt auf den Sack Alter Also da komme ich nicht rein Sie sind ein Minderjähriger Sag nein zu oben Sag nein zu oben Du bist tot Ja 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 Sie sind ein Minderjähriger Und nähern sich an Sag nein zu oben Warnung Sie haben 5 Sekunden 5 4 3 2 Ja Ja Nämlich Mein Gott Das ist das Raisins Moskito muss da drin sein Lass dich nur nicht von den scharfen Wings und Bräuten ablenken Ah Es ist Da wo Butters dachte Dass er seine Freundin hat Chat Es ist genau da Und seine Eltern mit in diesen Laden genommen hat Ja Genau Die Schlampe war das Dann komm mal mit Süßi Hier Schnucki Eins von unseren Raisins Girls kommt gleich Ist der nicht total süß? Er verdrückt jedenfalls eine Mello Wings Ja und dann bin ich durch die Luft Gesaust und hab die Bösen vermöbelt Wow Ich wusste nicht, dass Moskitos so tach sind Tja, schon mal was vom Zika-Virus gehört? Mach eine Lade Wings, Süßi Klar, schreibt alles auf meinen Deckel Voll großzügig Ist das geisteskrank? Verschwinde, das sind meine Frauen Welcher Superhelden bist du? Super, warte Oh mein Gott Die Mission Meine Superhelden-Kollegen Ich hab das komplett vergessen Weg von mir, Verführerinnen Moskito weiß genau, was ihr hier versucht Wichtig Ne, ich kämpfe doch jetzt nicht Oh mein Gott Ich kann doch nicht gegen Frauen kämpfen Mit Herz kämpfe ich gegen die Es ist ein großer Fehler Sich mit Kuhnen and Friends anzulegen Bestellt ihr Süßen Ne Willkommen im Team Dich müssen wir komplett umstilen Prügeln wir Moskito wieder Verstand ein Wirklich, die Wings sind echt gut Zika im Fett So sei selber ne Traumfrau Ey, wie verzaubern wir ihn zurück? Details ansehen Bereit, Feinde, in Machtgeschwindigkeit fertig zum M-M-Machen M-Machen Okay Ja, und dann Leertaste Ähm Ich besitze zu wenige Gesundheiten Um, äh, na kann ich Okay Eine Portion Wings klingt tatsächlich gut Okay, und was Und wie Wie mache ich ihn wieder heil? Dass sein Liebesding wieder weg geht Und drei geht das auch, oder was? Also drei lieber, ne? Weil dann hat er noch genug Leben Du willst ne Heilung, hier Okay Pfeifett Okay Ich geb denen jetzt ein Ding der aller Vergeltung Warte, abbrechen Kann ich noch Eins Nee Warte, warte Ich hab eine Idee, Chat Watch this, warte Eins Nee Drei Ja, drei ist es Oha Aber jetzt werde ich gefickt, oder? Tschüss Wollt ihr nach der Tracht Prügel Rays ins Kalender kaufen? Digga, warum sind die so stark? Um den Zauber zu brechen Wird ihn wahrscheinlich töten Ist der wieder verzaubert? Nee, ne? Ich bin wieder da, Leute Hä? Die Küche hat eine extra Portion Pommes gemacht Da dachte ich an dich Oh Gott Nein, danke Digga, die geben einfach ne Kopf los Okay, warte Jetzt will ich seine Power testen Boah 35 35 ist sehr stabil Warte Das ist drei Okay, warte Zwei Ich spüre regelrecht das Herzblut Oh nein Digga, die hat ein HP Ein HP Nee Okay Den mach ich Darauf trinke ich Okay Okay, eine ist dead Tschüss Digga, warum macht die so viel Damage? Wer hat hier eine Tracht Prügel bestellt? Okay Zeig mal, was er drauf hat Das ist eins Okay, ich muss drei machen Ey, jetzt bin ich verzaubert Gleich kommt der Schwarm Warte mal Was ist null? Was ist null? Null macht keinen Sinn, oder? Null macht keinen Sinn, weil sonst fick ich meinen eigenen Also mich selbst Also mich selbst Das war scheiße, oder? Das war scheiße, oder? Das war scheiße, oder? Die werde ich auch seiner nehmen Digga Was hat er denn gemacht? Und dazu super süße Leggings Mit so einer Artibellen, Muster Glückwunsch, Superfreunde Nur noch die letzte Digga Digga, Timmy ist ja absolut krass Digga 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 Gute Arbeit Ich gehe nur mal eben kotzen Ihr braucht schon Physik Okay, Timmy, zeig, was du kannst Timmy, zeig, was du kannst Timmy Timmy, zeig, was du Timmy Timmy Ach so, Jimmy, ja, ja Warum sage ich Timmy? Aber warum sagt Aber warum sagt Aber warum sagt Timmy Warum sagt Timmy Warum sagt Timmy Zu Jimmy Auch immer Timmy Ah ja, ja, weil Timmy Ah ja, weil Timmy nur Timmy sagt Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Wichtige Entscheidung Alte Leute, Ninja, Vampire, Krebsmenschen Was war denn die Frage? Meine Schwäche Ich mache einfach alte Leute Ich mache einfach alte Leute Super, erledigt Ah, jetzt habe ich immer mehr Ah, ich kann mein Team jetzt sogar bearbeiten Zeig mal her Charakterbogen Nee Verbündete Aha Aha Ich hätte gerne Karten in meinem Team Hey, Wunderarsch Das machst du super Sehr gute Charakterbogenarbeit Snogs, danke dir Ich habe eine super geheime Mischung für dich Geh zum neuen Tacoladen In der Hauptstraße Und kauf mir ein Taco Cool Ende Was? Ich soll ihn ein Taco kaufen? Vater Mixi in der Kirche Vater ist stark Echt? Achso, das ist doch die Kirche, oder? Nee Hier, das ist die Kirche Also muss ich Äh, nach links Also erstmal nach links Runter Und dann wieder nach links Ja, Kirche, Kirche Chat Ihr wisst doch, was ich meine Muss ich jetzt wirklich einen Taco holen für den? Ich kann das nicht Freut mich auch, dich zu sehen Verdammter Fettsack, Digga Hey, Schwanz Hey, du Schwanz, Digga Warte, was? Hat sie mir geschrieben? Hey, Schwanzgesicht Du und dein Superfreund Moskito Sollten besser vorsichtig sein Alter Wie viel kostet das Game eigentlich? Ich bin ein Minderjähriger Und näher an sich Einem rauschmittelhaltigen Okay Kann ich hier nicht irgendwo runter? Hier ist die Karte? Ah, hier gleich Also eigentlich müsste ich hier irgendwo raus können, oder nicht? Ah, hier Was soll das denn? Oh nein Jetzt bin ich in einem Kampf Ich mach einfach Scheiß auf die Plan ändern Oh Mann, Digga Ich muss sie jetzt gegen die kämpfen, Digga Ihr seid nichts gegen meine Armee Ich fick die jetzt Achso, das ist Batters, seine Armee? Ne Sind die stark, Chet? Ah, warte Na, lass ich dich in die Bank rein Sobald die Märkte zusammengebrochen sind Superattacke von mir Superattacke Let's go, Timmy Jimmy Endgegler Das lag falsch Digga, was hat der gesagt? Was hat der gesagt? Die wichtigste 29. Wahlzeit des Tages Wir sind wie die Heuschrecken Digga, das ist... Digga, das ist... Auto Ach, Digga Runter von der Straße, ihr scheiß Belgier Hu, geschafft Ich folge dem Ruf des Chaos Das ist so dumm, Digga Das ist so dumm Und einer ist weg, nur noch vier Los geht's Los geht's Und zwei dead Wichtig So, drei Eins Easy, nur noch einer Was macht er denn? Er ist durchgezogen Ey Digga, aber wie krass ist Jimmy 10 Cent Ist das respektlos? Da fragt tatsächlich wer, wie die Serie heißt Respektlos Äh, ich glaub wir müssen nach links Links Ist da irgendwo Ist die Kirche Ah ne, wir müssen gar nicht nach links Wir müssen Wo bin ich denn jetzt? Wir müssen hoch Und dann nach links Oder so Wir können auch erstmal nach links Und dann Der Bus sollte eigentlich im Dezember kommen Digga, wie sie jetzt auf einmal lächelt Reise den Herrn, kleines irres Kind Der Bus Kommt mir vor, als würde ich schon drei Jahre auf diesen Bus warten Der Bus sollte eigentlich im Dezember Wie es Jesus gepredigt hat Halte ich immer die andere Arschbacke hin Shit, hab das Hackfleisch nicht aufgetaut Dann gibt's wohl wieder Fastfood Was ist das denn? Achso, DLC Okay Okay, bei der Mission muss man anscheinend ein Level haben Okay, check ich, check ich, check ich Äh, ich muss gleich Also an den Häusern vorbei und dann nach links Ich schwöre, ich führe South Park so heftig Die Serie Du kannst ja einfach jederzeit gucken Fürchte, die Agenten des Chaos Ja, überlasst Chaos Das Chaos Benutzen Habe ich doch schon, oder? Ist es Zeit für Blitzfreak? Ne Ah, kann mich Blitzfreak irgendwo hinbringen oder was auch? Kann ich von Nutz, von Nutz, von Behilflich sein? Ne Schnellreisen Ah, warte mal Ey, ich hätte hochgemüßt, man Fuck Scheiße, warte Zu den Stationen, ah, okay Weiter gehen, wir machen hier Chaos Fliegt ruhig vor dem Chaos Okay, jetzt zur Kirche, ne? Was ist hier los? Verdächtige in Sicht Die Party ist vorbei, du Lump Was ist das denn? Hey, wir werden angegriffen Was? Digga, kämpfe ich gegen Cops? Essen ist serviert Ihr seid das Essen Blitzfreak ist los Äh Was mache ich denn jetzt? Digga, wie kommen wir hier weg? Wie kommen wir hier weg, Chat? Ich will weg Unsichtbar, wir sterben nicht Macht euch bereit Für mein Erbtöten des Summen Digga, also wenn wir ein von den Nein, nein Drei Drei Ich will einen, will ich da und kriegen Mein Saubgrüssel steht offen vor Erstaunen Alter, du übertreibst brutal Das Ding ist durch Du hast das mit Polizeigewalt Missverstanden, Kind Hände hoch Du bist gehaftet Hä? Ich bin dran Die ficken uns doch komplett weg Oder nicht, Chat? Ich bin dran Oha Hier, Legga, wir warten Bis der Hatter-Gitter schlagt Auf solche Partys Hab ich keinen Bock Oha Keine Bewegung Digga, die Er fickt mich Oha zwei sehen wir zuletzt das fliegt zwischen den zählen das nächstes war lieber den mund zu wir können jetzt nicht einfach für dich was machen die chat so nutzlos wie eine notte auf k.o. tropfen ja der fight ist wirklich verloren mann digga mach doch einfach irgendwas du schwanz gesicht ich brauche dringend einen muntermacher das publikum wird toben war das die schallmauer oder ist ein kiefer gebrochen in der zeit hätte ich mir die nase pudern können nur auf die rote bahn also jetzt hierhin auf die knie und hände in der kopf das steht scheiße also los woher bekanns hat was ist in den startlöchern oh ulti du seger seine ulti ist so krass ja chat ich versuche kann ich nicht irgendwie skippen auf c gibt es den entzug ah ok stimmt ja weil das ding ist eh verloren ich habe nur gefährt und der letzte Donations aus Warum Donations aus? Da muss irgendwas bei den Dings nicht funktioniert haben Ich guck kurz bei Wiven Dashboard Mega Ekstaso Hat vor einer Minute 111 Euro Donated Warum funktionieren die Dings nicht? Digger Ekstaso Bro Ich weiß nicht was mit dir los ist Aber ich danke dir für deine 111 Euro Das ist wirklich nicht selbstverständlich Einmal Liebe in den Chat Wirklich Der Bro hat so viel Subs An die Community gegiftet Das ist so krass Besser ist es so Jetzt nicht gegen die Polizei fighten Das will ich nicht Okay Danke Und Und nicht einen bekommen Ja Bro Ist äh Glückssache Aha Ey warte Kann ich vielleicht die Dings holen? Die Polizei Ey das wäre krass Wenn ich das mal Boah 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 Geil 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 Danke dir für deine 111 Euro Ich weiß nicht mehr was ich sagen soll Bro Aber außer danke Das ist wirklich crazy Geil 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 Geil